Umetskos neustes Buch über die Royals hat Megan Markeles Plänen, ihre Marken neu auf den Markt zu bringen, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Während ihres Auftritts bei Variety's Power of Women Event im letzten Monat kündigte Megan aufgeregt eine Liste bevorstehender Projekte an. Allerdings könnten einige dieser spannenden Projekte aufgrund des Wiederauflammens der ethnischen Kriegen nicht mehr das Licht der Welt erblicken. Quellen sagen, dass dadurch alles zerstört wird, was WME für sie aufgebaut hat, und dass dies möglicherweise dazu führen könnte, dass die Hollywood Talent Agentur sie fallen lässt. Megan Markeles schlechte Einstellung kommt beim WME-Team nicht gut an. Ihr Name ist heutzutage fast zum Synonym für Drama geworden, und dies hat sie für Charakter und Sport geöffnet und eine Marke verdorben, die sie aufbauen wollte, als sie als arbeitende Rolle zurücktrat, um nach Hollywood rumzustreben. Ohne Zweifel hätte Megan Markele all die guten Dinge, die Hollywood zu bieten hat, genossen, wenn sie frei von Skandalen geblieben wäre. Aber sie wollte ein paar alte Rechnungen begleichen, und die Tatsache, dass sie es drei Jahre später immer noch begleicht, kommt bei den Fans nicht gut an, geschweige denn bei Hollywood-Managern. Berichten zufolge sagte ein Hollywood-Manager, es ist schlimm. Sie sind Parasiten. Drei Viertel der Belegschaft bei WME wollen sie fallen lassen, aber Arie will es den Tich-Releases überlassen und entscheidet sich dann. Auf Anfang 2024 verschoben, da sich das Erscheinungsdatum des Endgame-Buches geändert hat. Sie ist eine Albtraum-Klientin mit schlechter Einstellung und Dramatik. Unterdessen teilte eine nahestehende WME-Quelle dem Miram mit, dass das Team über einen nicht enden wollenden Skandal entsetzt und verärgert sei. Mit anderen Worten, sie ist eine absolute Katastrophe und hat keine erlösenden Eigenschaften, die sie vermarkten könnten. WME erscheint auf der Titelseite der Daily Mail mit der Frage werden sie sie entlassen oder nicht? Artikel ist nicht wirklich der ruhige, kontrollierte Blick hinter die Kulissen, den sie zu vermitteln versuchen. Die Vorstandsmitglieder werden die Geduld verlieren und die sofortige Anwendung der Moralklausel fordern, um diesem Albtraum ein Ende zu setzen. Ein Insider sagte der Daily Mail außerdem, dass WME über den nie enden wollenden Skandal um die Sussexes verärgert sei. Die königliche Expertin Angela Levan sagte gegenüber GB News, WME sagte, sie seien entsetzt. Dabei kann es sich nicht nur um die beiden genannten Namen handeln. Es muss um die Klientin Megan gehen. Es scheint mir, dass sie sehr sorgfältig darüber nachdenken werden, was sie als nächstes tun. Ich habe noch nie gehört, dass eine so bekannte Agentur klar zum Ausdruck gebracht hat, was sie denkt. Serena hat ihr den Job bei der Agentur verschafft. Sie war im Jahr 2020 gefragt, und dann hat sie nie die Regel gelernt, nach der alle, von Königin Elisabeth bis Kim Kardashian, leben, sich niemals zu sehr der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Früher rief Kim ihre Eltern an, doch dann merkte sie, dass die Öffentlichkeit von ihrer Überbelichtung krank wurde. Sogar die Königin wählte wählerisch, welche Veranstaltungen sie besuchte, weil sie der Öffentlichkeit nicht zu zugänglich erscheinen wollte. Irgend ist sich nicht bewusst, dass es die Leute nur langweilt, wenn sie jeden Tag in der Presse erscheint. Es ist wie bei Werbespots, die sich wiederholen und nervig werden. Sie hat dem Ruf ihrer Agentur sicherlich geschadet. Kein Respekt vor jemandem, der sie als Klientin haben möchte. Sie müssen verzweifelt nach Geld suchen. Schade, dass es ihnen nicht gelingt, etwas mit ihr zu erreichen. Die Verleihung des Norbertpreises stand vor der Tür und weder Harry noch Meghan wurden nominiert. Keine Erwähnung von Weihnachtsveranstaltungen in den USA.